Genossen, hört mir zu! Die Herrschaft der Deutschen endet hier. Auf der anderen Seite des Platzes liegt das Symbol ihres Verfalls. Ihr werdet den Platz überqueren. Ihr werdet jeden Deutschen töten, den ihr findet. Ihr werdet nicht aufhören, bis die Fahne unseres Vaterlandes auf dem Dach weht. Für das Vaterland! Für Russland! Schade, dass man nicht auch die andere Seite hätte spielen können. Die Strecke nach Berlin sind nun wieder frei. Artilleriekanonen sind für den Einsatz verfügbar. Genossen, es gibt Befehle von Stalin. Zerstören Sie den Reichstag nicht! Nehmen Sie ihn ein! Wir haben ihn zwei hier. Was ich damit meine ist, dass man... Also ich persönlich identifiziere mich natürlich viel eher mit den Deutschen als mit den Russen. Aber er ist natürlich jetzt hier geschichtlich so festgelegt. Das kann ich auch natürlich alles akzeptieren und verstehen. Gut, wir müssen weiter. Schauen wir mal, was hier hinter auf uns wartet. Was muss... Setz diesen Flammenwerfer in Bewegung. Dieser Flammenwerfer wird woanders gebraucht. Positionieren wir uns jetzt erstmal hier in den Häusern. Sollen wir etwas bauen? In Ordnung. Einfach nur, weil ich nicht weiß, wo hier was ist. Die S2 bestätigt. Da oben ist wieder eine Abzäunung. Erwartet, Leute! Wir rücken ab! Hier können wir, glaube ich, das NG ganz gut gebrauchen. Den Stoßtrupp nach da oben. Die Stravniki packen wir noch hier unten hin. Ah, vielleicht auch hier hin. Und da oben geht's schon los. Da kommt jetzt der Mörser wieder in Einsatz. So, die schicken wir natürlich jetzt so hin. Das Ganze auch in Sinn... Ach du Scheiße! Auch in Sinn macht. Das ist gar nicht gut. So, wir müssen hier mal gerade ein paar Leute ausrüsten. Da können wir auch noch was hinpacken. Oh wei. Ach du Scheiße! Was geht denn hier ab? Die bleiben so ganz gemütlich da drin stehen, oder was? Geben Sie uns ein Ziel! Es gibt keinen Kommen! Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Sperrfeuern auf das Ziel richten! Komm schon, haus weg! Bravi! Fäll zwei bereit und beladen um den 12. Das ist kein Urlaub hier! Wir müssen dieses gepanzelte Fahrzeug amschalten! Na komm! Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrufs! Nein! Hüten Sie diese Feiglinge gut ein! Wir haben Flachenwäsche! Fällerei-Brandsperrfeuer, bereit zum Abfeuern! Wobei, wobei! Ich glaube, wir brauchen hier mal gerade einen unserer Ingenieure. Hier sind Reparaturen nötig! Das ist einfach abgehauen, oder was? Welche Seite nehmen wir? Die linke oder die rechte? Wir gehen über diese Seite hier. Jetzt müssen wir weiter! Wir gehen über die Seite. Ja, ihr möchtet jetzt... Wir bekommen bald Flammenwerfer! Einmählich bin ich die Scheiße leicht! Marschbefehl! DS2 greift ab! Wir haben sie besichtigt! DS2 rückt ab! Da unten! Flammenwerfer! Sie sind noch... Straftrupp bereit benutzt zu werden! Ich bin erledigt! Maschinengewehre! Sehr gut! Zack! Ein Schuss, ein Treffer! Flammenwerfer für alle! Sie sind einsatzbereit! Wir müssen abrücken! Weg von hier! Wir müssen mal gucken, dass wir hier nicht noch irgendwo wen finden. Darum ist der Kacktyp wieder da. Was? Sie sind in der Flammenwerfer-Truppe bereit! Was? Wie? Ach du Scheiße! Mörser! Okay, jetzt geht's nach vorne! Straftrupp unter Beschuss! Stürmt die Infanterie! Haltet die Stellung fürs Vaterland! Wir sind keine echten Soldaten! Aber Straft! Flammenwerfer! Zu Infanterie vorrücken! Die werfen Mörsergranaten auf uns! Boah! Straftrupp! Straftrupp, die hier leiden verrustet! Kartillerie-Brandsperrfeuer aufs Ziel! Straft! Bewechung! Lauf, 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 lauf! Ach scheiße, ich hab keine... Lachen mehr! So, jetzt legen wir hier mal wieder ein paar Trupps zusammen. Sie sind einsatzbereit! Schnell! Verwandelt sie in Arche! Wir haben keine Chance! Was können wir tun? Die Strafniki sind zum Sterben da! Bewegt euch! Sie kommen über die Strafniki! Wir können finden! Sie kommen über die Strafniki! Kein großer Verlust! LL-2-Bomber-Ramonten! Benutzt den Flammenwerfer! Wir haben die Strafniki! So, der letzte noch! Hier! Ich stehe zu glauben, dass wir bis zum Einsatzbereit sind! Strafniki! Sehr gut! Die legen wir wieder zusammen! Brauchen Sie Kanonenfutter! MG steht! Hier sind wieder unsere neuen Strafis! Die packen wir mit hier rüber! Wo ist denn die Mörsergranate jetzt? Aufgriff auf Straftrupps! Setzen Sie diese Feiglinge gut ein! Werft eine Granate! Die feigliche Infanterie greift uns an! Was wollen sie? Was machen die? Die sollten doch nur eine Granate dahin werfen! Wenn Ihnen eine Granate gefällt! Und die Strafniki hat! Lösch die Infanterie aus! Na gut, dann schicke ich die jetzt auch nach vorne! Die Ersatzung ist vorübergehend! Ab mit den Sprengladungen! Die bringen uns um! Erledigt! Stiel Granate! Jetzt müssen wir weiter! Mit hier hoch! Wir sind für unsere Mut geerbt worden! Immer weiter! Für zwei Welten ausgeschaltetes Ziel! Dann legen wir die hier rein, weil ich habe keine Munition mehr, dass ich mir neue... Mörser-Trupp bereit! Oh! Die haben es geschafft! Krass! Dass ich mir neue Flammen mehr verkaufen kann! Noch mehr Einheiten hier! Lasst uns gehen, Gau! Auf Rückzug steht die Todesstrafe! Die Mörser können wir jetzt auch ein Stück nach vorne holen! Ich würde mal sagen, so hier hin! Mörser unterwegs! Die S2 weldet sich zur Stelle! Und die Trupps hier nehmen wir zum Erobern! Leute, wir müssen diese Stelle sichern! Schwebt dort den Anfahrer! Straftrupps sind unverfügbar, um fürs Vaterland zu sterben! Ach du Scheiße! Meldet weiteren Sieg! Straftrupps! Errobert diesen Sektor für den gelossenen Stalin! Die Feuergebäude! Das ist gar nicht gut! Errobert diesen Sektor für das Kommando! Ja Genosse! Seid Kontakt! Straftrupps! Da werden sie brennen! Haltet die Stellung fürs Vaterland! Die müssen wir wieder zusammenlegen! Hier kommen auch ein paar neue! Wo ist mein Mörser? Ja Genosse! Da oben geht die MG drauf! Ja MG 42! Geht mit uns! Oh fuck! Was muss getan werden? Die Feuer nach uns! Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps! Setzen Sie diese Feiglinge gut ein! Da oben muss drauf geschossen werden! Oh Gott! Wir sind hier kurz vorm Tod! Wir haben Befehle! Komm schon! Kimme und Korn müssen eine liebliche... Ach fuck! Das funktioniert nicht! Da können wir aber noch drauf! Sofort! Frische Einheiten auf dem Feld! Deinen Schätzure Genossen! Kommt da weg! 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 Ach Gott da oben ist noch ne Panzerpaus! Scheiße! Sie sind einsatzbereit! Straftrupps sind nun verfügbar und fürs Vater... Komm rüste den noch auf! Rüste den noch auf! Nein! Mann! Sie müssen erstmal hierbleiben! Wo sind meine Mörser? Hier! Mörser bereit für Befehle! Äh... Da! Befehle werden ausgeführt! Ihr mögt jetzt los! Strafbataillon erwartet Befehle! Auf Rückzug steht die Todesstrafe! Trifft das auch direkt tötend! Entdeckung, Männer! Ach, fuck! Immer weiter! Immer... Ja! Die müssen also... ...noch näher ran! Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps! Setzen Sie diese Feiglinge gut ein! Wir brauchen mal direkt bei den Nächsten! Ich hole jetzt einfach einen Straftrupp nach dem anderen! Da war das, glaube ich! Gar nicht so einfach, das hier zu erobern! Das war's! Sehr gut! Ähm... Wir brauchen aber einen... ...Ingenieurstrupp! Einen neuen Ingenieurstrupp! Straftrupp sind nun verfügbar, um fürs Vaterland zu sterben! So, und ihr könnt hier mal so ein bisschen... ...rumschießen! Haben Sie... Ihr habt euer Ziel! Bald haben wir... Wir werden Flammenwerfer bekommen! Ein weiterer ruhmreicher Tag im Paradies! Die Marsch! So, die können wir wieder zusammenlegen! Pioniere stehen bereit! Setzen diesen Flammenwerferbewegung! Kann auch mit! Ansonsten haben wir hier nix mehr, ne? Pioniere sind bereit für Befehle! Oh! Baum brennt! Das habe ich auch noch nicht gesehen! Sieht auch ganz cool aus! Wir müssen den jetzt erstmal reparieren! Aber wir können schon mal... ...ein bisschen vorrücken! Jetzt müssen wir weiter! Flammenwerfer einsatzbereit! Ihr müsst jetzt los! Und euch... ...kann ich auch mal hier hochholen! Lasst uns den Mörser dahinten aufhören! Habt euer Ziel! Da? Das MG kann auch hier mit hin! Unterwegs! Na, machen wir es besser so! Marschbefehl erhalten! Da können wir schon mal anfangen, die Sachen wegzusprengen! PS2 meldet ausgeschaltetes Ziel! Wir werden das Ziel pulverisieren! Da oben ist auch noch irgendwas! Stalin-Potzer meldet weiter den Sieg! Okay! Ja? Verlegung! Mörser! Hier als nächstes rein! Sie können auf uns zählen, Genosse! Ich war gespannt, was hier so rumlungert! Wir können uns so nicht ewig beschießen! Mofi! Oder eine Kugel! Okay! Wir hatten doch... ...irgend so ein Leuchtfeuerheim hier, oder? Ja, genau so zieht mir Schuss durch Handfeuerwaffe! Brauch uns! Kanonenfutter! So will ich nicht in der Scheidenswärmewerfer! Veteran... Ah, hier! Leuchtgranatenfalle! Ihr habt Arbeit zu erledigen, Straffniki! Oh, okay, nee, 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 nee! Dieser Flammenwerfer wird woanders gebraucht! Hm, das ist ja doof! PS2 meldet sich zur Stelle! Ja? Wie machen wir das denn jetzt am besten? Hier haben wir sie ja wenigstens schon mal... Ah, ich hab ne Idee! Mörser bereit für Befehle! Wir können doch einen gezielten Schlag noch machen! Ja! Und dann ist da keiner mehr drin, oder was? Befehl 227 wurde aufgehoben! Weg ihr! Zusammenwärm! Pioniere einsatzbereit! Wir rennen jetzt gleich einfach drauf! Wir füllen die Handfeuerwaffen auf uns! Sie sind perfekt, ihr Idioten! Entweder Sie oder wir! Strafniki, los! Wir nehmen gleich hier diese ganzen Strafis! Keinen Schritt zurück, Genossen! Was war denn hier? Hatten wir hier schon alles erledigt? Können wir auch nochmal reinschießen! So! Was muss getan werden? Los, 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 los! So, die Kanone kommt auch ein bisschen weiter nach vorne. Mit dem Mörser müssen wir das Ding als nächstes kaputt machen. Nein! Ihr erobert dieses Ding! Schnappt es euch! So, wo haben wir sie? Mörser-Trupp bereit! Befehle empfangen! Das ist euer nächstes Ziel! Was können wir unterwegs? Die Blutung stoppen! Hier ist auch ein Minenfell, da müssen wir aufpassen! Habt ihr zwei, die Flüge! Ich hab' gemacht, was euch aufgetragen wurde! Gut! Wieso kann der denn da nicht drüber auffahren? Die Flüge rückt ab! Die Flüge! Die Flüge! Die Flüge! Die Flüge! Die Flüge! Die Flüge! So machen wir das in Minsk! Bereit! Brutor! Ah! 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 Feinde von rechts! Oh wow! Erlöst mich von meinem Elend! Für das Vater! Sie sind einsatzbereit! So, das MG steht auch! Scheiße! Sie ergrößt durch Heiz und Feuhrwaffe nach uns! Verbrennt die Feinde des Volkes! Das ist irgendwie so eine Rauchgranate oder sowas! Wo will der denn immer lang? Will der hier unten lang oder was? Wir haben den Trupp halb gemacht! Haben Sie einen Verwendungszweck für diesen Abschaum? Mörser bereit für Befehle! Da! Na komm! Schum! Und! Rums! Wir werden angegriffen! Entweder Sie oder wir! So, schließen wir uns mal mit dem Trupp hier... ...den anderen Trupps an! Sie sind keine echten Soldaten, aber sie werden reichen! Die US-2 hat Marschbefehlwärts! Mörser unterwegs! Flammenwerfer-Trupp, los! Gehen wir da auch erstmal rein! Das MG steht da eigentlich ganz gut! Das MG steht da eigentlich ganz gut! Wir kommen da auch rein! Sie haben Befehle? Ah, ich verstehe! Jetzt kommt er da durch! Ah! War noch die ganze Zeit so ein blödes Hindernis! Scheiß Minenfeld! Ich will das nicht zweimal sagen! Der Staat vergibt ihm jetzt! Wir haben einen feindlichen Trupp besiegt! Auf Rückzug steht die Todesstrafe! Lauft, 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 lauft! Steht nicht so darum! Die Feuer sind auf uns! Die Feuer sind auf uns! Der hat zwei Bombardement gestartet! Fliegender Panzer greift an! Artillerie-Brandsperrfeuer auf Ziel! Jetzt bin ich mal gespannt! Der geschoss durch ein M5-82! Einen frechen Wittiger! Bombenangriff! Straftruppen sind unverfügbar, um für's Vaterland zu sterben! Den Schreien nach zu urteilen hat's funktioniert! Straftruppen stehen bereit! Setz diesen Flammen die Stellung für's Vaterland! Straftruppen alle Verluste! Dieser Flammenwerfer wird woanders gebraucht! Lauf! Und machen wenigstens in meiner Eier! Sie sind einsatzbereit! Achtung! Mörser! Ich hab' euer Waffe nach uns! Du! Bewegt euch! Wir müssen abrücken! So, wo sind hier meine Mörser? Wir haben jetzt Zugriff auf Strasser! Das Ding muss da nämlich weg! 4L2 bereit und beladen, um den Feind zu zerstören! Sondern wir retten! Es sind Weltreparaturen nötig! Den Panzer müssen wir mal gerade ein Stück zurückholen! Es wird bestätigt Marschbefehl! Unter Beschuss! Lauf Niggi bereit! Ein Feigling hätte das nicht geschafft! Die Zahl unserer Einheiten erhöht sich! Keinen Schritt zurückgenossen! Da unten sind also auch noch irgendwelche Spinner! Das Ding ist Schrott! Da müssen wir hier unten nochmal reinknallen! Sofort! Es sind keine echten Soldaten! Warten Befehle! Ihr zwei hier! Haben sie ja... Jetzt müssen wir... Bald haben wir Flammenwerfer! Da hat also was gestanden! Schweres MG! Das ist kein Urlaub hier! Lasst euch Zeit, Genossen! Lasst euch Zeit! Lasst euch Zeit! Hier rein! Und so ein Minenpaket da dran legen! Einfach nur laufen und ein Minenpaket! Einfach nur laufen und ein Minenpaket! Los! 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 Ach, verdammt! Auf Rückzug steht die Todesstrafe! Es ist Zeit zu gehen! Straf Niki bereit! Ihr rückt jetzt zum Feind vor! Jeder hat eine Chance auf Erlösung verdient! Stirb! Mach den Flammenwerfer aus! Die Straf Niki haben einen feindlichen Trupp umgelegt! Sie sind Einsatz bei Beweckung! Schnell! Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps! Ach komm! Brauchen Sie Kanonenfutter! Ja Genosse! Moment, wo ist mein Mörser? Warum schießt der Mörser noch nicht da drauf? Da, ne? Konzentriertes Sperrfeuer starten! Ja, dann machen wir das natürlich erstmal mit dem Mörser! Hier oben sind auch noch irgendwelche Leute! Wir werden Flammenwerfer bekommen! Wenn ihr euch nicht bewegt! Schnellt die nächsten hier hinholen! Wir sind auch noch welche! Wir haben Flammenwerfer angefordert! Ist das Ding jetzt Schrott? Wir sind hier fertig! Unterbeschuss! Beweckung! Nein, das ist noch nicht Schrott! Straf Niki, los! Wieso ist das Ding noch nicht Schrott? Da? Flammenwerfer bereit! Befehle empfangen! Ihr Straftrupps sind nun verfügbar, um fürs Vaterland zu sterben! Wir haben geschützt durch Handfeuerwaffen auf uns! Ihr seid zwei unterwegs! Ja, ja! Das Ding geht so also nicht Schrott! Kein Problem! Wir sind keine echten! Bereit! Die Flammenwerfer kommen! So, zwei Trupps jetzt voll auf ihn drauf! Stürmen! Ihr müsst die Gegend erobern! Straf Niki aufnehmen und benutzen! Erfreut den Seifern zurück vor! Flammenwerfer! Ein, zwei Bombardement auf dem Weg zum Ziel! Jetzt werfen die Ladungen! Der Startbegleit wurde jetzt! Wer wandert sie in Arschel? Genossen! Da ist noch eine Haubitze! Feindliche Truppe! Die verteidigen das Gebäude mit Tigern! Wir müssen diese Panzer zerstören, bevor wir den Reichstag selbst stürmen können! Ich verliere Männer! Ja, Genossen! Feindliche Infanterin! Feuer! Konzentriertes Werfer! Los! Sucht euch ein Ziel! Versuchen wir da nochmal ein Paketchen hinzuwerfen! Werft die Sprengladungen! Hops! Und... Boom! Oha! Da ist ja noch einer! Wir sind hart im Nehmen! Die Bastarde schießen uns! Ab mit dem Sprengladungen! Keine Angst! Brauchen wir schnell! Es ist ein Ziel! VL2 bereit und beladen, um den Feind zu zerstören! Kommt da! Unterstützung direkt! Nehmt die Strafüberlacht, Verluste! Straf nicht los! Zerstört den Panzer! Schweriger! Er ist ein Feuer! Pionik zu Befehl! Wir brauchen eine Reparatur! Sofort! Strafloserei benutzt zu werden! Sein Blut erlöst ihn! Kacke! Die Dinger kosten zu viel! Sie sind eisartbereit! Jetzt aber! Schaut euch das Ziel auf! Das ist nicht Granate! Kommt schon! Eine tapfere Infanterieeinheit hat das ultimative Apfel! Keinen Schritt zurück, Genossen! Macht sie nieder! Haben wir hier überhaupt noch irgendwo was? Oh, hier ist sogar noch eine MG! Sofort aufbrechen! Hier haben wir auch noch welche! Straf nicht hier! Wir werden angegriffen! Schwer die Ladungen! Das sind Panzer! Da sind noch welche auf dem Weg hierhin! Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps! Setzen sie diese Feiglinge gut ein! Feindkontrolle! Mein Gott, das Ding muss ja langsam mal Schrott gehen! Ja, setzt das Ding in Bewegung! Ein feindlicher Druck weniger! Schwerer Panzer! Feuer auf! Jetzt ist ja langsam mal Schrott hier! Straftrupp bereit benutzt zu werden! Es gibt keine Dritte zu! Aufpassen! Beschuss! Bromz! Wir dienten ihr zwei bestätigt sie! Wenn du hinstest du... Eine Runde in meine Kopf! Die Tiger sind erledigt! Genossen, stürmt jetzt den Reichstag! Und schreienвонblock! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Mein Gott, das war aberibleber! Eine knackige Kampagne! Boah, ja, haben wir geschafft und damit sind wir hauptgefreiter und wir sehen uns dann mit der nächsten Kampagne wieder, wenn wir, ja, mal wieder, ich hoffe es gibt überhaupt noch eine Kampagne, das gucke ich mal schnell nach, aber ich denke mal, dass es noch eine Kampagne gibt, dann sehen wir uns nämlich dann morgen wieder, nein, der Reichstag, das ist das Ende, ah ja, schade eigentlich, ja, dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas mache, ansonsten, wow, dann war es das, keine, nichts, gar nichts, keine Credits, es ist total ungewohnt jetzt, einfach keine Credits und nichts zu kriegen, wenn man das durchgespielt hat, aber das war es, hier ist keine 15. Kampagne mehr, Dann bedanke ich mich erstmal bis hierhin fürs Zuschauen und wir schauen mal, ob wir dann noch irgendwas hier machen, ansonsten wäre es das jetzt erstmal an dieser Stelle mit Company of Heroes 2 und meiner Wenigkeit, Jabo LP oder auch Carsten, Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche anderen Projekte bei mir noch findet, die euch gefallen oder wenn ihr keine Projekte findet, dann einfach in die Wunschliste solche Projekte eintragt, die ihr denn gerne noch sehen möchtet, dafür haben wir auch eine Wunschliste eingerichtet, die findet ihr immer in der Videobeschreibung oder bei uns auf dem Kanal oben rechts im Banner, Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns mit irgendwas anderem, also bis dahin, tschüss, macht's gut!